Kann Beckenbodentraining wirklich die Erektionsfähigkeit bei Männern steigern? Oder könnte es bei den meisten etwas ganz anderes bewirken? Viele glauben, die sogenannten Kegel-Exercises seien der Schlüssel zu besserer Potenz. Aber das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Der Beckenboden ist viel komplexer als man denkt und das, was die meisten Männer dabei übersehen, könnte einen entscheidenden Unterschied machen. Ich bin Dr. Stefan Bundrock, Urologe und Sexualmediziner und in diesem Video erfährst du, warum Beckenbodentraining für die wenigsten Männer die richtige Lösung ist und was du stattdessen wissen solltest. Ich meine, es ist ja durchaus positiv, dass nun auch die Männer erkannt haben, dass der Beckenboden für sie wichtig ist. Lange Zeit brauchte man Männern damit gar nicht zu kommen. Zu feminin. Aber was ist eigentlich der Beckenboden? Es handelt sich hierbei um mehrere Muskellagen, die sich wie eine Hängematte am unteren Ende des Beckens befinden. Das ist aber noch nicht alles. Der Beckenboden hat Ausläufer bis ins Zwerchfell, ist also mit der Atmung verbunden. Er koordiniert Körperhaltung und Fortbewegung. Er kommuniziert mit den Bauch- und Rückenmuskeln. Er ist wichtig für die Ausscheidungsfunktion und er übernimmt wichtige Aufgaben bei der Sexualfunktion. Hierbei muss er sowohl stabilisieren, anspannen als auch entspannen. Dies ist alles sehr komplex und daher überaus störanfällig. Ein schwacher Beckenboden kann daher zu Problemen führen, nicht zuletzt auch mit der Potenz. Deshalb wimmelt es auf YouTube auch nur so vor Videos, die Beckenbodentraining für Männer anpreisen. Man könnte meinen, wir hätten es in Deutschland und der Welt mit einem Heer von Beckenbodenschwächlingen zu tun. Aber ist das wirklich so? Die Antwort ist ganz klar. Nein. Die wenigsten Männer haben einen schwachen Beckenboden. Nur wenige Männer müssen ihren Beckenboden trainieren. Hä? Ist der Buntrock ein Scharlatan? Warum erzählt er genau das Gegenteil von allen anderen? Weil vieles von dem, was im Internet behauptet wird, nur vordergründig richtig ist. Man muss die Sache nämlich bis zum Ende denken. Der Beckenboden ist nämlich sehr anfällig für Verspannungszustände. Das ist ähnlich wie in der Nackenmuskulatur. Stress, zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung. All das sind Risikofaktoren für Beckenbodenverspannung. Ein verspannter Beckenboden kann schwach erscheinen. Das liegt daran, dass die Muskeln bereits so zusammengezogen sind und zwar permanent, dass sie gar nicht mehr vernünftig arbeiten können. Für diese Männer ist Beckenbodentraining reines Gift. Es wird dadurch alles nur noch schlimmer. Ein verspannter Beckenboden muss durch Entspannung wieder in die Lage versetzt werden, seine Arbeit zu tun. Ich habe diese Zusammenhänge ganz zufällig herausgefunden. Ein verspannter Beckenboden führt nämlich häufig zu Schmerz oder unangenehmen Symptomen wie ständigem Harndrang. Diese Probleme kann man bei vielen Männern mit einer Stoßwellentherapie schnell und einfach wegbekommen. In meinen Gesprächen mit dem Patienten ist mir dann aufgefallen, dass sie über verbesserte Erektionen berichteten, quasi als Nebeneffekt. Diesen Zusammenhang konnte ich dann immer wieder beobachten. Den Beckenboden kann man natürlich auch untersuchen. Dazu gehört auch die rektale Untersuchung. In 25 Berufsjahren habe ich die sicher schon an die 100.000 Mal durchgeführt. Da bekommt man schon ein Gefühl dafür, welche Spannung normal ist, wie sich ein schwacher Beckenboden tastet und wer total verspannt ist. Hochbetagte und Männer nach radikaler Prostatektomie bei Prostatakrebs brauchen auf jeden Fall Beckenbodentraining. Die haben in der Regel einen schwachen Beckenboden. Wenn jüngere Männer ein Beckenbodenproblem haben, dann so gut wie nie eine Schwäche, sondern eine Überaktivität. Die kann man sich übrigens auch antrainieren. Es gibt ja viele Optimierer. Bei denen ist alles in Ordnung, aber das reicht nicht. Es muss besser werden. Das kann aber leicht nach hinten losgehen. Wer seinen Beckenboden isoliert, intensiv trainiert, ohne da ein Problem zu haben, läuft Gefahr, sich eine Verspannung zuzuziehen. Besser wäre es, durch gezieltes Training an der Körperhaltung und der Flexibilität zu arbeiten. Das kommt auch dem Beckenboden zugute und hilft, ihn gesund und funktionell zu erhalten. Ich empfehle Yoga. Es fokussiert auf Haltung und stärkt den gesamten Körper. Außerdem enthält es meditative und entspannende Elemente. Bei Stoßweintherapie sehe ich immer Fragezeichen in den Augen meiner Patienten. Viele wissen nicht, was das sein soll. Wenn es euch auch so geht und ihr mehr darüber erfahren wollt, in diesem Video gibt es Details. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.